Millionen Arbeitnehmern droht Armut im Alter. Vollzeit arbeiten und trotzdem eine Rente bekommen, die unter 1200 Euro liegt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 40 Jahre in Vollzeit arbeiten und dann in Rente gehen, aber je nach Bruttoverdienst werden viele nur eine Rente von bis zu 1200 Euro bekommen. Ein Drittel wird sogar noch darunter liegen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der Bundesfraktion der Linken mit. Und zwar konkret geht es um 8 Millionen Vollzeitbeschäftigte, die in Deutschland damit rechnen müssen, dass sie bei 45 Jahren Arbeit in Vollzeit eine Nettorente von weniger als 1200 Euro netto erhalten. Das ist jeder dritte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitteilte. Demnach müssen Beschäftigte beim derzeitigen Rentenniveau bei 45 Jahren Arbeit mindestens 3034 Euro monatlich Brutto verdienen, damit sie auf eine Nettorente von knapp 1200 Euro kommen. Noch viel schlimmer sieht es für die Leute aus, die in dem Rechenmodell mit 40 Jahren nur arbeiten. Dann bekommen diese Leute eine Nettorente, die deutlich geringer ist als 1200 Euro. Von den gut 21,7 Millionen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland verdienen knapp 10,3 Millionen auf einem Niveau, das sie nach vier Jahrzehnten auf einer Vollzeitstelle mit einer Nettorente von weniger als 1200 Euro rechnen müssen. Das betrifft also sogar nach der Auskunft, der, was der linken Fraktionschef Bartsch hier mal berechnen lässt, hat fast jeden zweiten Arbeitnehmer in Vollzeit in Deutschland. Um dann 1200 Euro Brutto ausgezahlt, Euro Nettorente ausgezahlt bekommen, können, müsste bei 40 Jahren Arbeit, also fünf Jahre weniger, mindestens 3413 Euro Brutto Einkommen monatlich mit dem aktuellen Rentenniveau nachgewiesen werden. Also ich finde, das sind Zahlen, die schon sehr, sehr bedenklich stimmen und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir in Deutschland, das ist auch nichts Unbekanntes, hier auf ein ganz, ganz großes Problem der Altersarmut hinsteuern werden. Selbst aktuell noch fast auskömmliche Arbeit reicht für die Zukunft offensichtlich nicht mehr aus, um eine armutsfeste Altersrente zu bekommen. Ich finde, das ist ein bestürzendes Ergebnis und sollte uns allen, vor allen Dingen der Politik in Berlin, zu denken geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine gute Frage.